Irgendwie möchte ich auch an die Leute zurückgeben, was sie einmal für uns gut getan haben. Da war ich erst 13 Jahre. Da haben wir ein Ziel gewohnt, 1960. Und da ist der Innie übergangen. Und auf einmal haben wir gedacht, jetzt müssen wir raus vom Haus. Wir waren damals vier Kinder. Und wie wir wieder gekommen sind, hat jemand die Caritas genachrichtigt. Die Mama und ich haben nur ein paar Schuhe gehabt. Weil das Ziel ist alles hingeworben im Haus. Wir haben nur ein paar Schuhe gehabt und die passen auch genau. Schöne Decken haben wir bekommen. Blau-Schwarz karriert. Wir sind alle Winn gewesen als Kinder. Happy, wie man so sagt heute. Und das ist wirklich super. Und da, wenn ich vorhin komme, denke ich an allem drauf. Viel habe ich nicht geben können, weil ich selber eine Rente habe. Und der Mann im Pflegeheim gewesen ist. Aber das, was sie gegeben haben, habe ich gerne gegeben. Die Caritas war eigentlich die Einzige, die uns geholfen haben. Außer ich gefühlt habe ich auch nicht geholt. Aber die Caritas haben wir auf uns geschaut. Und haben uns einen Haufen Zeit gebracht zum Anlegen. Wirklich. Wir sind alle eingekleidet geworden. Ja, es war wirklich gut. Wirklich. 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 Wirklich.